Wo sind Sie hier? Wir sind hier gerade in Städt der Kinder auf der Habichtlese. Was machen Sie hier? Also ich bin wie gesagt Projektleiter hier. Ich baue mit den Kindern gemeinsam ein Haus, welches hier gerade so schön im Hintergrund zu sehen ist. Und ja, ich passe halt hier auf, dass die Kinder ihren Spaß haben und sich dann auch nicht mit den Werkzeugen verletzen. Okay. Und wie lange sind Sie schon hier? Also das ist jetzt mein sechstes Jahr, das ich hier mitmache. Und ja, sechs Jahre und das sind natürlich noch weitere Jahre beim Folgen. Was für ein Lieblingswerkstück? Der Hormachs hatte ich hier was gerade reinhauen. Was hast du draußen? Der Boden für so ein Haus und das wird hier alles halt noch ein bisschen breiter, glaube ich. Wird hier halt eingebaut und darüber kommt dann halt ein Dach. Das wird alles noch ein bisschen breiter und dann... Und mir macht es auch sehr Spaß hier. Wie lange wirst du hier noch arbeiten? Eine Stunde bis zwei Stunden. Wenn es so weiter geht in dem Schneckentempo, ja, eine Stunde bis zwei Stunden. Ich unterstütze die Kinder und achte darauf, dass sie die Häuser richtig bauen, dass sie schön stabil sind und am Ende damit spielen können. Okay. Und wie lange arbeiten Sie hier schon? Ich mache dieses als erstes Mal Helfer, aber ich war sechs Jahre lang als Kind dabei. Und wie gefällt es Ihnen hier? Also mir macht es mega viel Spaß mit den Kindern die Häuser zu bauen. Gefällt es auch den Kindern? Ich denke schon. Also die sind sehr motiviert dabei. Okay, danke für das Interview. Kein Problem. Was wollt ihr denn da gerade? Wir bauen einen Eisladen mit einer Tierschule obendrauf. Wieso macht ihr eine Tierschule und einen Eisladen? Ich meine, passt ja irgendwie nicht zusammen. Ja, wir konnten uns nicht entscheiden und einige wollten halt eine Schule haben, andere ein Tierhaus und noch ganz andere einen Kaffee und einen Eisladen. Ihr holt doch keine Elefanten daher. Nee, wir wollen uns selber Tiere aus Holz bauen oder aus Pappen. Werdet ihr das schaffen? Bestimmt. Wie gefällt es dir auf der Habisch-Wiese? Sehr gut. Findest du es besser in so kleinen Gruppen als mit 200 Kindern, also bei der Stadt der Kinder? Ja. Würdest du es trotzdem ohne Corona auch so machen wollen? Ja. Und was machen wir hier? Also wir waren hier gerade in Haus und gerade sind wir mit dem Wannbalken beschäftigt. Und wie gefällt es dir denn hier? Also mir gefällt es sehr gut. Ich bin erst seit gestern auf dieser Baustelle und habe einen ordentlichen Fortschritt gemacht. Was ist euer Lieblingswerkszeug? Unser Lieblingswerkszeug ist ja eigentlich der Hammer, weil wir den meisten benutzen. Ja. Du machst nicht mal mit beim Bauen. Du kochst also. Was gab es denn gestern zu essen? Diese Gemüsekötteler. Und was gibt es heute zu essen? Sag ich euch noch nicht. Warum machst du eigentlich nicht mehr mit? Na einer muss doch auch für euer Essen sorgen. Wenn wir alle bauen, kriegt ihr nichts zu essen. Ja. Ne, ich mache das lieber gerne in der Küche, weil ich mag da nicht mehr so im Holz rumprabbeln und so weiter. Wasser, jetzt schäumt sie gleich. Das heißt, wenn dein Kind dann quasi Wasser fehlt... So lecker. Wie heißt du? Mein Name ist Robert. Wie gefällt dir der Job? Das ist ein total toller Job. Das macht total viel Spaß, weil alle Kinder mit der Kamera arbeiten können. Findest du es spannend, so Baumfortschritte zu finden? Ja, das macht total viel Spaß, weil wenn man dann im Nachhinein den Film sieht, sieht man, wie schnell das plötzlich alles passiert. Wenn man jetzt so heute hier ist, passiert ja nicht so viel. Da ist so ein bisschen was passiert und da ein bisschen was passiert. Aber im Nachhinein sieht man dann wie schnell, zack, 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 das rauscht, fertig jetzt, wie die Kinder durchspielen. Was passiert mit dem Filmmaterial? Das wissen wir noch gar nicht. Es wird hier selber nicht besprochen. Es ist erst mal nur Drehmaterial sammeln und Interviews machen und dann müssen wir mal gucken, ob es im Nachhinein vielleicht Film daraus schnell ist. Kommt es denn ins Internet? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon.